So, let's play 8012 von Half-Life Black Mesa. Na, kommen noch ein paar oder waren das alle jetzt? Da, da. So, was ist nun der Plan von mir überhaupt? Reaktor sprengen. Hier unten ist das Coolingsystem. Die haben sich auf jeden Fall welche verbarrikadieren wollen, hatten aber nicht viel Erfolg damit anscheinend. Ah, laden. Na, kommen. Ach, komm, ey. Ach, du wirst hochgezogen. Aufgezogen. No access, follow Main Reaktor. Ach, wär's cool, wenn man den verwenden könnte. Pumpstation 1. Was machen die? Kai. Ja, die Feuertür krieg ich schon mal nicht mehr auf. Noch einen höher. Veräppeln kann's jemand anderen. So, jetzt bin ich richtig. Munition, Leben. Feuertür kann geöffnet werden. Power, Waffen, Munition. Na, schlecht geschlafen. Na, komm. Ach, wie ich's liebe. Hm. Eine Sprühflasche. Funktion? Unbekannt. Nein! Wo kam der Sau enther? Warum lebt seine Kopfkrabbe noch? Na? Wie ich einfach sterben werde. Oder auch nicht. Wie ich das Sterben nochmal um 5 Minuten verzögere. Ja, man. Ja. Bitte Energie oder irgendwas muss doch hier in den Dingern drin fallen. Na ja, der Fahrstück kommt, dann benutze ich den erstmal. Ja. Auch nix drin. Jetzt geht's runter. Sehr schön. Auf einmal. Ja. Auf einmal lasst ihre Ahnung. Unherst mich. Sieh. Nix. Die Ahnung. Ja, was mach ich jetzt? Ich muss jetzt den Man-Reaktor benutzen, also die Reaktorstäbe müssen eigentlich jetzt freilegen hier, oder? Ach egal... Oh, sehr schön... Ja, jetzt mach ich irgendwas, ich flute den, glaub ich... Pumpe 1 bin ich... Sieht doch gut aus... Jetzt muss ich ja nur zur zweiten hin... Geh weg... Und rechts kam ich nicht raus... Ja, muss ich halt nochmal wieder hoch... Na komm... Oh, noch mehr Heilung... Ja... Ach ja... Hier ist alles böse rot... Dann gehen wir mal in den Fahrstuhl... Da geht's auf jeden Fall schon mal hoch... Ja... Hier darf ich noch nichts betätigen... Sehr schön... Also ist die Alternative jetzt in den Tank auch runter zu gehen, oder? Wie hab ich das zu sehen? Dann machen wir es doch einfach mal... Das ist alles zu überdimensioniert eigentlich... Hm... Hm... Lieber nochmal laden... Na komm... Hier hab ich gespeichert... Hier hab ich gespeichert... Die Gut, ich steck fest. Oh nein! Ach, lass mich wieder runter. Von da bin ich gekommen, da bin ich ja alles erledigt. Ich nehme mich halt die Treppe. Ich kriege die Krise, da gibt es auch nichts zu tun. Na komm. Hier war ich ja schon, ich bin ja zur Pumpstation 1 rüber. Das Sprengen wird mir auch nicht viel bringen. Hier hoch komme ich nur wieder zur Pumpstation 1. Ich glaube, ich muss einfach wieder zurück. Und da muss ich ja hier lang. Dann sollte er jetzt auch wieder laden. Ich hoffe, es hat gereicht jetzt. Ich hoffe, es hat gereicht jetzt. Sehr schön, ich häng hier fest. Mal wieder. Da krieg ich die Krise, ey. Ah, Pumpstation 2. Oh, ich muss hier durch. Ich bin gone, Freeman. Ich habe zu tun. Hier. In der Pumpstation 2. A second chance to do something. Hint fort, du fettes Mistvieh. Boah, ich werde hier noch richtig zum Gangster. Kann nicht verwendet werden. Hier gibt es wieder Muni. Was ist die Leiter los? Ah. So. Nein. Ah, ich hoffe, der... Ah, Gott sei Dank vor der Leiter. Schwimme ich eigentlich in radioaktivem Wasser? Und warum geht der direkt wieder zu? Ah, hier komme ich nicht hoch. Also eigentlich bleibt nur der Kran, um irgendwo reinzukommen oder hoch. Nur wo soll das sein? Die Leiterung. Ich gebe es gerade, das ist jetzt hier. Ich gebe es gerade noch nicht so. Da geht es Ganze. Honestly. Also geht das hier. Und klar. fait das aí. Ich fühle mich vielleicht anderen. Mit mir ebenso. Das war's für heute. Ich glaube, ich bin ja nicht so hingekommen, wie ich hinkommen sollte. Naja, aber ich bin da. Hier ist die kaputte Leiter. Ich brauche den Fahrstuhl, ich kann auch hier laufen. Ach ja, sehr schön. Das Bild hier oben und kann eigentlich nichts machen. Außer doof in der Gegend rumgucken. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, was ich tue. So ein Scheiß, ey, wenn ich mich mal erinnern könnte. Hier geht es zurück, aber zurück will ja keiner. Hoch will eigentlich auch keiner, weil da gibt es eigentlich nichts. Boah, ich glaube, mich hat das früher auch so gebeutet, hier rumzulungern. Major fracture detected. Automatic medical systems engaged. Morphine administered. Ich hoffe, ich habe alles jetzt canceled. 수가 parentierte. Sprecher lässt mir her mir so als wenn wir mal los植物en ответten. Written habe ich auch immer die Palmererkraster 골� GEORGE eingstellt. Ich habe Angst, dass das торcht zu tun. Das wäre immer die Gegend. Droh ist einfach alles doch 할� Allan bin. Ich glaube die Überraschwerden. Sascha kommt michterior auch in die Tür. Tja, wird Gordon Freeman das Rätsel lösen um Pumpstation 2 oder wird er für alle Ewigkeit hier rumirren und nicht wissen, was er zu tun hat. Das ist im nächsten Let's Play.